Zauberrunen Okay, ich habe nur diese eine, 0 von 1 Okay, erhöht Angriff und Feuer Achso, das gilt dann trotzdem noch? Wie geil Ich habe keine Schattenrunen, Leute LOL Okay Maximaler Blutvorrat Angriff, Feuerresistenz, Verteilung Okay Ich würde Gerne Also Aska hatte ja, früher hatte er Blut, Eis und Schatten Elaine hatte Blut, Feuer und Status Und Walna hatte Licht und Schatten Und ungefähr so würde ich das auch gerne wieder machen Also ich finde es schade, dass hier diese Affinität zu den Runen Zu den Zaubern einfach weggelassen wurde, Leute Finde ich schon schade Hat mir auch immer besonders gefallen, dass Dass da eine bestimmte Richtung vorgegeben ist Ich würde mit Mit Aska jetzt auch einfach anfangen, Leute Verteidigung und Eisresistenz Oder Gut, Schatten haben wir nicht Blut Wir machen das hier mal Zauber erhalten Blutstärke Kostet 10 Blutpunkte Ein Verbündeter Erhöht Angriffskraft um 20% Oh cool Okay Wissen Sie was, wir machen das mal durch Feuerrone Haben wir Feuerball Ein Gegner Feuerschaden Basis Steck 130 Ja, okay Und bei ihr machen wir mal Aber jetzt was Sie ist so ein Walna-Ersatz Machen wir mal Licht-Emergie Weil das erhöht Geschwindigkeit und Lichtresistenz Okay Zurück Äh, äh, äh Oder nicht zurück Ähm Was habe ich ihr eigentlich gegeben? Ich weiß nicht Ich glaube, ein Feuer Ich gebe ihr mal den Den hier, Leute Und du bekommst Das hier Zauber verliert Feuerball Zauber erhalten Lichtstrahl Ein Gegner Lichtschaden 125 Basisstärke Sind jetzt hier die Runen auch noch? Die Runen sind jetzt Runenmacht, Leute Erhöht die Wirkung von Zaubern Und die Runenmacht verwenden Okay Ja, jetzt nichts Okay Ähm Dann gehen wir trotzdem mal durch, Leute Wir Ich würde gerne noch Wasser und Status wissen Ey, Eis Eisplitter Haben wir Ein Gegner Eisschaden 135 Okay Und Wir haben Mit Status Haben wir Schlaf Ein Gegner Verursacht Schlaf 90% Chance Okay Okay Interessant Aber erhöht maximale Lebenspunkte Das würde mir für Asuka Tatsächlich gefallen Gut, dann Wir halten uns dann halt Nicht dran Asuka hat jetzt halt Status Magie, Leute Ähm Und Elaine Hat Licht Magie Die sie vorher auch nicht kannte Konnte Und was Elaine konnte Das ist keine Ahnung Aber sie hat jetzt halt Feuerzauber Okay Damit bin ich jetzt eigentlich zufrieden, Leute Wird gespeichert So, dann hier Ähm Was ist das denn für ein Pentagram Wirst du nicht das wissen Und warum zum Töpfe stellst du dich Mitten ein Das erscheint mir wirklich nicht klug Ihr Liebter Verdammt Was passiert jetzt Die verdammte Klinge Etwas passiert mit dir Finde ich auch irgendwie blöd, Leute Die verdammtes Klinge war Walners Waffe Asuka hat immer ein Säbel benutzt Und jetzt hat Asuka plötzlich Die verdammtes Klinge Naja Die Macht der verdammtes Klinge Ist gestiegen Die älterer Sohne Hatte die verdammtes Klinge Massiv geschwächt Mittels dieser Pentagramme Kann die verdammtes Klinge Wieder an Macht gewinnen Jedes Pentagram Kann aber nur einmal verwendet werden Dafür wird ein bestimmter Niedriger Menschlichkeitswert benötigt Menschlichkeit steigt Und fällt in Abhängigkeit Von den Taten im Spiel Da Asuka ein nicht besonders Hilfsbereiter Papier ist Wird sein Menschlichkeitswert Schnell weiter sinken Dies ist grundsätzlich nicht schlimm Und auch eine Voraussetzung Für die Nutzung der Pentagramme Aber sollte seine Menschlichkeit Unter minus 50 fallen Wird das an manchen Stellen Spielkonsequenzen haben Du kannst Askas Menschlichkeitswert In der Spielstandsübersicht Beim Speichern oder Laden Eines Spielstands sehen Es sind viele solche Pentagramme Im Spiel versteckt Versuche sie zu finden Denn die Verdammtes Klinge Kann dadurch eine extrem mächtige Waffe im Spiel werden Na schön Ich denke das war es dann Dann hier für den Moment Wir sollten zurückkommen Sobald wir ein paar Opfer Für die Opfersäulen haben Jetzt holen wir Jetzt holen wir Eines Brostecker das Buch Dann los Ich kann es gar nicht erwarten Endlich den Kopf abzuschlagen Okay Wie sieht es jetzt aus Mit der Verdammtes Klinge Eine Klinge mit der Macht Vampirische Fähigkeiten Zu drücken Hat jetzt Geschwindigkeit 4 Punkte Und Angriff 18 Punkte Ich weiß nicht was ihr vorher hatte Hätte ich gerne verglichen Leute Aber na gut Noch mal speichern So ich habe das Gefühl Wir sind langsam aus dem Intro raus Leute So ungefähr So fast Bald Meine Gebieter Wenn ihr nach draußen wollt Kann ich euch auch teleportieren Sprecht mich dazu einfach an Soll ich euch nach draußen Teleportieren meine Gebieter Ja Und diesmal ist es auch Askas Menschlichkeitswert Und nicht mal All das Menschlichkeitswert Also Wahlen ist ja auch immer noch Tod Leute Ich glaube Dieses Mal ist Aska Der Held der Geschichte Naja Kann ich mich jetzt eigentlich Hier umsehen Hm Naja Wages bloß Nicht uns bezüglich des Buches Und den Bruststücken Zu untergehen Miststück Bringen wir es einfach schnell Hinter uns König Garador Sir Bald Baldur Es ist wahr Dass Frauen Ist es wahr Dass Frauen Aus unserer Armee Verschwinden Aber ist das der Typ Der hat ja die gleiche Stimme Mist Was sagt ihr Mein König Ich habe erfahren Dass die Soldaten Sich Sorgen machen Weil überall Frauen verschwinden In den Dörfern Und in unserer Armee Woher habt ihr diese Aussage? Sir Baldur Gebt mir eine Antwort Ja Es stimmt Ja es stimmt Mein König Wir beklagen immer mehr Verluste Unter den weiblichen Soldaten Wir können nicht herausfinden Was mit ihnen passiert Warum zum Teufel erfahre ich erst heute davon Das ist ein eklatantes Problem Und wird die Moral unserer Truppen Noch weiter senken Wir wollten euch damit nicht beunruhigen Mein König Ihr habt wichtigere Dinge zu tun Als euch darum zu kümmern Das haben wir bereits übernommen Und werden das Problem Schnellstmöglich lösen Was heißt wir? Hat Lady Nuria Etter auch davon gewusst? Hat mir nichts davon berichtet? Nun Wache Bringt mir Nuria her Ich will das sofort mit ihr klären Solche Informationen Dürfen mir Nie Wieder Vorenthalten werden Sie befindet sich gerade auf dem Weg Ein magisches Artefakt der Vampire zu bergen Sie sollte aber demnächst wieder hier In der Burg Horan Eintreffen Nun denn Wache Geht und wartet auf Lady Nurias Rückkehr Vor den Toren Bringt sie dann unverzüglich zu mir Wie ihr befehlt Mein König Äh Wie ihr befehlt Mein König Was ist das Geld Das will ich haben? Das sind sogar Goldbarren Nicht nur Silberbarren Dann spricht Sabaltur Was konntet ihr bislang herausfinden? Nun Mein König Wie es euch wenig überraschen wird Das ist überraschend 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 wird Das D gehört weg Gehe ich davon aus Dass die Vampire Alle Frauen entführen Hm Und wo bringen sie die Frauen hin? Ich befürchte Es ist uns noch nicht gelungen Das herauszufinden Ist das etwa alles Was ihr bislang wisst? Ich fürchte ja Das ist völlig Inakzeptabel Regelt das Oder Lady Nyria Und ihr Werdet direkt An die Front versetzt Wo ihr euer Versagen Durch das Töten von Vampiren Wiedergutmachen könnt Mein König Ich fürchte mich nicht Vor der direkten Konfrontation Mit den Vampiren Dutzende von ihnen Habe ich eigenhändig geköpft Doch das ist lange her Sabaltur Heute seid ihr alt Und verweichtlicht Alt und verweichtlicht? Wagt es nicht Mir zu widersprechen Und jetzt geht Oder regelt das Problem Und zwar schnell Wie ihr befehlt Mein König Ihr habt mich rufen lassen? Lady Nyria Euer Erscheinen Kommt zur echten Zeit Ich komme gerade Von einem Einsatz zurück Mein König Ich hoffe Ihr wart erfolgreich Ihr braucht gute Nachrichten Denn Sabaltur Hatte keine Was meint ihr? Offenbar verschwinden Frauen aus unserer Armee Und unser guter Sabaltur Hat keine Ahnung Wohin Und wie kann ich helfen? Sabaltur erwähnte Dass ihr ebenfalls Von diesen Vorkommnissen wisst Und so frage ich mich Wann ihr mich darüber In Kenntnis setzen wolltet? Nun Sobald ich Ausreichend Informationen habe Wollen die Frauen Verschwinden Jetzt hört mir Ganz Genau Zu Solche Informationen Sind unverzüglich An mich heranzutragen Ansonsten Sehe ich mich gezwungen Euch zu bestrafen Ich nehme an Wir verstehen uns Lady Nyria Natürlich Mein König Jetzt geht Und löst das Problem Ich habe mich Für den Moment Genug aufgeregt Wie ihr wünscht Wir werden das Problem In Kürze gelöst haben Das will ich hoffen Wenn nicht Wird das für euch Beide Konsequenzen haben Ich warte unten Auf euch Lady Nyria Ich werde in Kürze Von meinen Fortschritten Berichten Mein König Jetzt Jetzt geht Und verschwindet Nicht länger Meine Zeit Woche Bringt ein Weib In mein Gemach Dieses Gespräch Hat mich erzöhnt Ich benötige Jetzt etwas Entspannung Wie ihr wünscht Mein König Nachher hat er noch Die ganzen Frauen Verschleppen lassen Oder die Soldaten Für den König Verdammt Das lief ja nicht Besonders gut Von wem hat der König Karadour die Information Und warum hat Zerbald Hier noch nichts herausgefunden Ich hätte mich Schon viel früher Selbst darum kümmern sollen Ich sollte ihn In der Haupthalle suchen Und mit ihm besprechen Wie wir jetzt Weiter vorgehen Ah Da ist der König So so In der Haupthalle Wo ist die Haupthalle? Hm Das hier doch Oder Hier ist der Eingang Ich muss mit Zerbaldschu reden Okay Wo ist der Typ? Irgendwie Ruckelt es jetzt Plötzlich Leute Seht ihr das? Ah Jetzt hat es aufgehört Okay Gehen wir wieder hoch Jetzt möchte ich mal wissen Ruckelt es wieder Wenn wir hierher gehen? Nein Dann war es nur Ein zufälliger Fehler Gerade Naja Okay Wo ist Zerbaldschu? Ich dachte Ist das hier nicht Die Haupthalle? Wo ist die Haupthalle? Ah Das ist wahrscheinlich Das Schlafzimmer des Königs Bibliothek Wo ist der Typ? Hier ist er auch nicht Das ist er glaube ich nicht Ist er das hier? Zerbaldschu Wie konnte der König Davon erfahren? Ich habe meine Männer Angewiesen Kein Wort Darüber zu verlieren Euer Ratschlag Ist vorhin so lange Zu fremlichen Bis wir eine Lösung Gefunden haben Er stand mir jetzt Ziemlich dumm Vertraut mir Es war richtig so Karone Garado Ist ein fetter Schmieriger Mistkerl Der nur darauf wartet Der nächste Frau In sein Bett Zu bekommen Mich würde nicht Wundern Wenn unsere Frauen Seinetwegen Desertieren Und sollte es so sein Wird er sicher Nicht besonders Milde mit den Geflüchteten Frauen umgehen Daher war es Der einzig Richtige Weg Ihn davon nicht In Kenntnis Zu setzen Psst Nicht so laut Nicht alle Soldaten Sind loyal Uns gegenüber Einige halten Weiterhin zum König Das ist bedauerlich Aber wahr Wir müssen Endlich herausfinden Was mit den Frauen Passiert ist Passiert Egal ob sie Vor König Garado fliehen Oder von Vampiren Entführt werden Wir müssen Unsere Soldatinnen Finden Dann finden wir Auch die Frauen Aus den Städten Und Törfern Dieser Ölende Fettsack Geht mir Auf die Nerven Spart euch Euren Hass Auf den König Und helft mir Lieber Sonst wird er Uns beide Noch aufknüpfen Lassen Pah Soll er es Versuchen Aber gut Ich konnte euch Noch nicht Davon erzählen Aber während ihr Weg wart Habe ich neue Hinweise erhalten Und die wären Ihr solltet in die Stadt Allardrine reisen Mir wurde zugetragen Dass die Stadtbewohner Gesehen haben wollen Wie Frauen Auf frischer Tat Entführt wurden Dort wird man uns Sagen können Wer dahinter steckt Entführt? In Allardrine Der Wüstenstadt Das ist merkwürdig In die Wüste Wagen sich Nur Vampire Der frühen Generationen Nur diese können Die starke Sonne Tragen Falls unsere Soldatinnen Nicht geflohen sind Und tatsächlich Wie die Stadtbewohner Entführt wurden Dann müssen Dahinter Sehr alte Und mächtige Vampire stecken Dann lasst uns Aufbrechen Bis dorthin Ist es ein weiter Weg Ihr müsst ohne mich Dorthin Ich habe einen weiteren Hinweis in der Nähe Der Festung Ulderrin Dem muss ich Nachgehen Das gefällt mir nicht Wir sollten Indie zusammen An der Sache Arbeiten Und das Problem lösen Sonst brauchen wir Hier nicht mehr Zurückkommen Genau deswegen Müssen wir den Hinweisen Parallel nachgehen Um keine Zeit Zu verschwenden Festung Ulderrin Und Allardrine Sind zu weit entfernt Es kostet viel zu viel Zeit Wenn wir beiden Den Hinweisen Am gleichen Ort folgen Na schön Dann hoffe ich Dass wir in dieser Sache Einen Schritt weiterkommen Dann sehen wir uns In einigen Tagen Wieder Lady Nürria Ich hoffe Ihr werdet fündig Dann bis bald Sabaltur Da fällt mir ein Ihr habt noch gar nicht Erzählt Wie euer letzter Einsatz gelaufen ist Wart ihr erfolgreich Und konntet das Artefakt Der Vampire finden Nun Das Artefakt Könnte ich bergen Doch leider Habe nur ich es geschafft Alle anderen Soldaten Haben den Kampf Nicht überlebt Das ist echt bedauerlich Das ist echt bedauerlich Wir hatten Unsere Zwecke nutzen Das werden wir sehen Darf ich einen Blick Darauf werfen Lass uns keine Zeit Damit vergeuden Und jetzt aufbrechen Na schön Dann zeigt es mir Bei unserer Rückkehr Gute Reise Gute Reise Lady Nürria Eine Latrine also Weiter weg Ging es wohl nicht Egal Ich habe das Buch Und sollte jetzt In meine Unterkunft zurück Um mit Jena zu reden Ich hoffe Ich hoffe sie hat mitbekommen Dass ich wieder hier bin Okay Ach Mist Kurz speichern Nürria ist Level 72 Cool